Ich hab Beat Root. Okay, ich werde jetzt garantiert verrecken, Edel Dick. Hast du dich eingesperrt zwischen Lava und lustigen Grinsen-Männern? Oh. Nein. Angriff. Komm. Du darfst ihn aber nicht mit Lava töten, sonst kriegst du es vielleicht nicht zurück. Keine Sorge, ich bin schwer. Natürlich, ich bin gebildet besser als du. So. Damit werden wir wohl nie wieder aufhören. War das Doktor Mario? Ja. Nice. Brain, zwei, Rest, alles. Ich hab übrigens jetzt auch voll das krasse Essensmacht, den Gedöns. Full the cross? Ja man, ich habe krass... Ich hab Beat Root und so und Weizen und du weißt... Wenn du meine Karotte übrig hast, wär cool, wenn ich auch anpflanzen luftiges... Ich hab die Karotte zu früh raus und dann hab ich einfach nur die Karotte zurückbekommen. Also, du musst noch ein bisschen warten. Ja, das ist okay, solange du sie nicht kaputt machst. Und dann natürlich auch verkrafte eine Angel. Das war immer geflucht und das sei die Ursprungs-Karotte. Die Ursprungs-Karotte. Ursprung, Ursprung, Ursprung... Penis. Der Ursprungs-Penis, okay. Nein, das hab ich nicht gesagt. Ähm, mal schauen, was er aus Beat Root zu machen kann. Oh, der B würde ich sagen. Weil es gab auf jeden Fall nur noch eine Recipe, das ich freigeschalten habe damit. Recipe. Beat Root Suppe. Holy Shit. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 und ne Bowl. Und ne Bulle voll Beat. Ja. Okay, 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 okay. Okay. Das war ein bisschen kratziger als... oder nicht kratziger als ein bisschen dunkler. Hat sich nicht ganz wie tot angehört. Ein bisschen dunkler. Kam aus Afrika. Ja. Wir sind alle tot, können nicht schwarz sein. Aber in der Armee kratzen. Ja, das schon. Ähm... Sollen wir da mal krass sein, oder was? Inwiefern? Hast du schon Interesse, krass in die Dunkelheit zu gehen? Ich meine, ich habe jetzt Rüstung. Also im Grunde habe ich Rüstung. Habe ich Rüstung. Willkommen zu einer weiteren Folge. Rainbow Six! Du verstehst die Anspielung nicht, weil du nicht Permit Chemie guckst. Was auch eine Anspielung ist, die du nicht verstehst. Cool. Alles so? Nein, ja. Wenn du mich... Hupst. Ähm... Scheiße. Ich muss kurz was ändern. So. Interessant. Also wie gesagt, ja. Du musst mir sagen, wo wir das machen wollen. Wir können bei deinem Haus das erkunden, oder... Ich habe auch eine krasse, mega krasse Höhle. Aber bei dir oben ist halt geile Mineralstoffe, wie Omega 3 Fettsäuren weniger wahrscheinlich. Ne, das ist schon weit unten. Ja. Sollen wir? Ja, dann packe ich kurz die ganze Scheiße, die ich habe in die Kitzke. Die Kitzke? Ich bin wahrscheinlich sogar besser gerüstet als du. Meinst du? Äh... Ich habe zwei gute Eisenrüstungsteile. Und ich habe zwei Lederrüstungsteile? Und die... Und davon die schlechten, dann geht es dir doch besser, hast recht. Ähm... Und das hier? Das stimmt. Ich packe hier noch einmal. Mit einem Pfeil. Alter. Stimmt, das Steinschwärz sieht in meinem Text. Ich habe hier richtig krass aus. Da ist sogar... Das könnte Rost sein an der Spitze oder Blut. Das ist ein Eisenschweren. Bist schon? Achso, geil. Habe ich jetzt noch nicht so was. Pass auf. Müll, 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 Müll. Ich benutze wahrscheinlich eher meine Eisenachse. Da brauche ich noch Platz. Was? Hier. Äh... Ein bisschen Holz sollte man ja immer mitnehmen. Da ist... Achso, du bist hier sogar vorbereitet. Ja, egal. Ersatzschaufel, Eisenspitzhacke, andere Spitzhacken. Ich habe fünf Äpfel als Essen. Ich kann noch ein bisschen Brot machen. Ah, dieses Oakwood, wo überall eben... Oder halt das Wood, wo überall gedingt ist. Da braucht man einfach nur vier davon und du den Crafting-Dings zusammen machen. Ähm... Mit F kannst du übrigens das, was du in der rechten Hand hast, in die andere switchen. Oh. Ach, cool. Äh... Pass auf, was ich noch mache. Wie viel Eisen kostet jetzt so ein Schild? Eins. Und... Fünf Holz. Sechs Holz. Machen wir mal eins. Ich hätte sogar noch einen Eisen hier. Dass ich nicht irgendwann mal jetzt Dicks hinhaben. Ich hatte... Ist ja nicht sicher... Aha... Du, 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 du... Du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du... Überleg' mich, ich sollte keine Liedersummen oder so'n Scheiß weil ich ja Musik rein schneide. Vielleicht, hoffe ich, wenn ich nicht zu faul bin. Du, 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 du. Du, 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 du... Wenn du Steinspitzhacken brauchst... Weißt ja... Ich hab' nur drei hier... Ja, ich hab' nur 3... kiste also wo bist du ich mache mir kurz ein schild du kannst schon mal in die die aufnahme beenden und den neuen starten weil dieses auch wieder 2 10 lang ja ich weiß nicht das schneide und ich bin auch wo soll ich rein also ich habe ich weiß nicht wo du bist tatsächlich wie macht man nun ein schild ich denke so oben in der mitte eisen rechts links davon holz die ganze mittlere reihe holz und unten in der mitte holz ich habe ein chip mit welchen welche das so holt man auch was in die anzule f standardmäßig also kann es immer zwischen fucking und schild wechseln ich habe jetzt halt dort schild weil ich so nicht rechtsklicken werde in notfällen wo bist du ich komme runter gerade wieso gehst du hoch zum kraften weil ich kein eisen dabei hatte wo bist du ich bin eigentlich in deinem gar nicht selig angeschissen kommen kommen wir also bei dir ja wahrscheinlich werden wir laufen macht die was mausrad auf und machen das hilft dann kommt ja äpfel denken und hier gibt es keine leitern aber du kannst dafür schnell runter ich weiß nicht wie tief beim erstmal höhen geräusch ich sag dir ok wisst du dir kann ich auf jeden fall fallen also nicht natürlich ok jetzt wir werden uns verlaufen aber kein problem wir haben ja alle den kompass dabei also ich nicht ach du scheiße es gibt unterwasser zombies hier ist halt echt obergast hier geht es überall lang und alles nach oben und unten 3d du wirst hier nicht mehr raus schwerter können auch spinnnetze abbauen fäden das stimmt das kommt dir die axt ne kann die achse anscheinend nicht weil uns bestimmt die fucking ausgehen wie ich mich kennen auf welcher wir sind auf höhe 26 wo man wir machen acht oder sowas ich glaube es wird mein tust du immer 11 12 13 12 12 wir könnten also noch irgendwie mal schauen ob das die nach oben runter geht oder so und wissen wir jetzt schon wieder woanders ja ich ja selbst aber auch vergenutzt ist nichts im arsch geworden aber na gut was war das ach das war ein fehler aus dem feuer geflogen ist deswegen sie erst gestorben komm ja ja hier geht es irgendwo nur ähm äh dann sichern wir aber hier zumindest so ein bisschen von hinten hier geht es auch tiefer hier ist sogar noch ein minenschacht ja geht es hier nicht warte hier geht es gar nicht weiter ne du du dann komm ich zu dir 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 hier ist auch schon eisen und ein haufen lava das heißt das eisen ist erstmal ich baue ein paar steine zum bauen ich sehe die ich herkommen tatsächlich geil hi Pass auf, hier gehen wir mal nicht lang da oben, da unten ist viel Eisen, was du nicht abbauen solltest. Hast du es bekommen oder? Wir können uns stoßen, es wird gerade aufgefallen. Gerade baue ich da was an. Verrückter. Das ist Obsidian, ja. Oh, ich habe was gefunden, was mir gefällt, Redstone. Ich sehe was, was mir gefällt und das bekommst du nicht. Diamanten? Nee, ich wollte einfach so tun, als wäre ich du. Ich block hier mal die Lava ab. Hier ist der Strip meiner Drecksack lang gegangen. In meiner Höhle. Was heißt, du kannst alles von ihm klauen? Ja, jetzt gehört es zu einer der Sachen, wir haben jetzt mir. Laut Regeln. Da Ruhe ist. Der hat ja auch alles zugebaut. Der war auch rot. Oh Gott. Oh Gott. Alter, dein Essen-Sound war gerade zu nah an dem Creeper dran, für mich. Ich finde nur Gold. Gold ist gut für die Speedboost Schienen. Ja, aber... Ja. Und ich meine, das ist ja unser einziger Sinn und Lebenszweck. Auch wahr. Und Redstone. Ja, wir hätten einen Eimer mitnehmen sollen. Und nehmen die ganze Lava mit Wasser so ein bisschen. Aber... Oh, und Lapis Lazuli. Das kannst du mit Stein aufbrauen. Ich meine, mit Lapis können wir ja ganz viel blaue Farbe machen, die super wichtig ist. Ja. Ja. Für das blaue Schaf. Ja. Ja. Ich glaube, pinke Schafe können immer noch super selten spawnen. Ich weiß nicht, ob mittlerweile alle Farben gehen. Oh. Ich habe mich irgendwie nach oben in eine andere Hülle reingebaut. Äh, Graben. 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 Graben, ja. Graben und Salat. Fuck. Was? Ich höre ja nicht viel Getier. Damit meine ich Monster. Das meine ich. Ja, schon. Aber... Schon mehr. Boah, Junge. Oh. Ich weiß nicht. So. Oh. Oh. Heute nicht. Danke. Was hast du gemacht? Ich habe geblockt. Ich bin jung, ey. Ich weiß nicht gar nicht, dass du krass bist. Ja, Mann. Fast als hätte ich pariert. Harry King. Richtig. Hey, du alte Robbuchse. Die sind gerade auch hier umher. Ist auch hier unten. Ja, ja. Pass auf. Hier ist heiß. Mhm. Hat er gespürt? Ja. Ja. Mehr als ich zumindest schon. Aber... Ich bin mir auch halt nicht sicher, ob er daraus gelernt hat. Das ist immer was anderes. Das ist immer bei mir so das Problem. Okay. Vielleicht hat's ihm gefallen. Ob hat's dir gefallen? Nee. Oh. Schon mehr hat er Eisen übersehen, was ich gerne... Wolltest du gerade angeschossen? Ach nee, schon wieder angeschossen. Ja, dann ist es okay. Boah, da kann ich ihn... Ah, hier geht's hoch. Ja, gut. Der macht das schon. Mein Fall ist nicht. Es gibt, glaube ich, ein Achievement, einen Bogenschützen abzuschießen über ganz weit Entfernung. Ich schaue hier gerade bei einem richtigen krassen Kampf zu. Oh. Oh. Ja, genau. Ich wollte gerade überlegen, ob ich zu dir hochkomme und dann höre ich dieses Zischen. Weiß nicht, was du meinst. Ist da oben safe? Ich habe gerade eine Explosion gehört. Echt nicht. Ich habe ein Schild. Ja, stimmt. Und all die Zombies sind jetzt tot. Da waren drei oder so diese... Oh ja, ich legte einen Pfeil, aber es ist von das Skelett geschossen. Ist das Lapis? Ich habe einen Pfeil zurückbekommen. Hi. Ist hier oben was? Ja, das ist Lapis. Ich mache mal kurz ein paar Fackeln. Minecraft töte mich jetzt nicht oder ich bin echt stinkig. Und du weißt, was passiert, wenn ich stinke. Okay. Dann stinkts. Ja. Hinter dir! Renn! Weg! Wieso? Creeper. Das ist so ein Zombie, der verbrennt. Das ist ein Creeper gewesen. Ähm, nein. Doch. Nein. Ich schon wäre so ein Creeper. Meinst du mich? Bist du nicht unter mir? Doch. Ja. Achso, nein. Du bist so ein Creeper. Das ist nicht der Creeper gewesen. Fuck you. Oh. Ich wollte dir helfen, weißt du, mit einem Gedanken. Daumen ist Gold. Aber über mir ist ein Minenschaft, wo was rauskommen könnte. Du bist echt ein Weicher in Minecraft, das ist krass. Ja, ist hammermäßig. Ich hab richtig Schiss. Das hört sich eigentlich... Wie heißt das Wort an? Lustig. Dass du es nicht ernst meinst. Aber ich weiß, du meinst es ernst. Ironisch. Ja. Ich meine das leider hammer ernst. Ja, mit dem Redstone. Oh, das ist doch egal. Egal. Oh. Könnten wir den Bild aus unserem Freundeskreis ausschließen? Den netten Herrn. Das ist Michael Jackson. Was? Es gibt verschiedene Zombie-Skins. Oh. Ich... Ja. Ich hab auch schon einen gesehen gehabt. Michael? Ja. So richtig Michael. Geil. Nooo. Scheiß Lava hat mein Eisen gestohlen. Lava hat mein Eisen gestohlen. Lava hat mein Eisen gestohlen. Gibt es wieder her. Gibt es wieder her. Sonst gebe ich einen Dropkick in die Niere. Wasser ist wirklich grundsichtbar. Ich weiß nicht, woher Wasser ist. Aber irgendwo ist Wasser. Überall ist Wasser. Ja, das ist irgendwie schwer mit Shadern und Niesern. Ich mein, es ist jetzt nicht super schlimm, aber... Bei mir ist halt echt hart und sichtbar. Ja, ich auch. Ich werde auf einmal langsam dann... Was ist das? Oh Gott. Die Fackel verschwindet. Oh mein Füßen. Oh, wo schwimme ich jetzt schon wieder hin? Ah, da ist auch Wasser! Ich sage dir, ich verstehe das nicht. Ersaufen wir gerade? Mögt ihr euch? Ich sehe keine Blubberblasen. Also wahrscheinlich ja, schon seit einer Weile. Wahrscheinlich sind wir schon tot. Damage. Hm. Wo kommt das nur her? Da spiegelt sich doch irgendwas böses. Oh, da oben. Alter, mit Shadern sind die Höhlen ja super angenehm und lustig. Das hört sich wieder etwas ironisch an. Diesmal war es das auch, ja. Komisch. Okay, Gold. Okay, jetzt hätte ich gerne ein Schwert, weil jetzt spinnen wir direkt um das Gold herum. Naja, in einer halben Stunde ist die auch abgebaut. So, alte Leute wollen, dass ich essen komme. Oh, da ist gar kein Problem. Ich weiß nicht, wie lange wollt ihr noch? Ich könnte theoretisch noch 8 Stunden zocken heute. Ich glaube um 16 Uhr wollen wir irgendwann Gulasch kochen anfangen. Okay. Ja, ich denke, ich bin in so 20 bis 30 Minuten wieder da. Okay. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel aufnehmen wollen. Tatsächlich will ich mir auch nicht. Ich würde fast sagen, Minecraft kann auch zweimal die Woche kommen. Ja, wir haben halt jetzt schon ganz schön krass viel. Was jetzt nicht schlimm ist, aber. Ja. Ist das wurscht, ich nehme nicht auf. Ich bin nur so dabei. Hat es nicht geklappt oder hast du keinen Bock? Jo. Keinen Bock, macht keinen Sinn. Okay. Bei mir gibt es auch Essen. Dann würde ich sagen, finden wir zurück oder sollen wir hier ausladen? Weil ich will nicht hier ausladen. Ah! Ja. Schön, wenn wir zurückfinden. Ich weiß noch nicht wo. Ja. Du warst gerade vor mir irgendwo. Ich gehe kurz runter. Du sneakst da? Warte, bleib mal stehen. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Oh, das Schild ist so sexy. Ja, das reduziert halt für ein Eisen extrem viel Schaden. Und man kann Feinde komplett blocken. Jupp. Aber der Hand ist halt so und so durable. So, das sieht immer aus. Ja. Ich denke, mach nach dem Essen einfach den Server aus, das sein sollten wir heimgefunden haben. Auf jeden Fall hoffe ich das. Alles klar. Schungler, warte mal. Bleib mal da wo du bist. Okay. Ich will zu dir, aber ich weiß nicht ob da unten Wasser ist, ob ich springen sollte. Oder nicht. Wo bist du denn? Ah! Wo kam der? Pass auf, wir kamen von der Richtung auf jeden Fall. Da hat sich nämlich der Creeper gestalkt. Wie viel Eisen habe ich? 23 ist erstmal. Okay, und hier liegt noch viel mehr. Dann habe ich das in der ersten Aufnahme schon Ding gespielt. Wir kamen von da unten. Weil ich bin hochgeklärt. Oh. Wir könnten auch die Strip-Meining-Dings entlang und so hoffen, dass der eine verrückte ist. Jetzt zeig mir runter, wenn du was weißt. Ähm, ich hab's vergessen. Das ist ne Pfeil in der linken Schulter. Hinten, Arm. Ja, alles ganz klar. Warte, hier habe ich abge... Ja, das wäre jetzt noch nicht egal. Hier habe ich abgeschirmt. Was heißt, wir kamen von hier... Oh, guck mal. Da kamen wir runter. Wir müssen jetzt ziemlich nah am Anfang sein. Dass ich mir das noch merken kann. Ich bin gerade überrascht von dir selbst. Ich auch. Aber nicht von dir, nur von mir selber. Ja. Kann ich verstehen. Bist du noch... Nee, da bist du dann. Ähm. Du bist unter mir. Ähm. Wo bin ich? Ich kann nicht. Ja. Wo bin ich jetzt lange? Ähm. Oh Gott. Du Hure. Aha. Ich hasse mich. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja? Ja. Das... Nee, das... Hä? Ähm. Jetzt bin ich doch mal verwirrt. Warte, hier ist ein Gang. Hier bin ich mal auf. Hier sind wir zurück. Hä? Ja? Hast du es? Nee. Weil ich habe so einen langen Gang mit Wasser gefunden. Also einen langen Gang. Wasser? Dein ist Wasser. Ach, hier ist es. Wieso ist hier Wasser? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich durch Wasser hergekommen bin. Ähm. Ich weiß nicht, warum du nicht denken kannst. Wow. Guck mal, wie schnell. Wenn man rennt, währenddessen man Wasser... Ach so, ja, stimmt. Rennen an die Wand und dann nach oben im Wasser. Rennen an die Wand? Also... Im Wasser kannst du... LOL! Wieso eine Rakete, Junge? Richtig. Ach so, Leertaste auch noch gedrückt halten. Ja, logisch. Ähm, pass auf. Okay. Ich... Das muss ein Bug sein, oder? Nee. Glaub nicht. Ist einfach immer nicht. So. Dann beende ich aber nun auch meinen Shit. OBS... OBS... Ist hier... Oh... Also... Das kannst du einfach in der Beschreibung. Ja. Ja. Ich beginne nun die Folge. Ich will noch hoch. Chi hao. Chi hao, Kailan. Ist das hier überall Wasser? Oh, ich geh... Bist du hier hoch? Oh. Hm? Äh, zwischendrin gibt's noch so'n... Warte. Nee, ist egal. Ich mach mal hier aus. Ich mein, dein Haus ist bestimmt sicher nachts, wenn wir ihn wieder einloggen. Ja. Deswegen ich mich hierhin stelle. Bye, bye. Bye, bye.